Herzlich Willkommen zu dieser Kurzübersicht zum CI Hub Add-In für Microsoft PowerPoint. Dieses Add-In gibt Ihnen die Möglichkeit, PowerPoint mit verschiedenen Quellsystemen gleichzeitig zu verbinden. Bilder und Texte aus diesen Systemen lassen sich so in PowerPoint einfach platzieren. Ich wechsle nun zu meinem Digital Asset Management System. Sie können die Volltext-Suche nutzen, um Assets zu finden. Das hier gefundene Bild ist eine 35 MB Photoshop Datei, die man nicht in PowerPoint platzieren kann. Aber das CI Hub Add-In ermöglicht die Auswahl einer niedrigen Auflösung, einer sogenannten Rendition. Texte werden beim Drag & Drop nach den Einstellungen der Rahmen formatiert. Wechseln wir nun zu Getty Images. Sie können auch hier die Volltext-Suche nutzen und anschließend Bilder und Texte einfügen. Egal welches Quellsystem, die Arbeitsweise bleibt die gleiche. Das CI Hub Add-In hat aktuell Konnektoren zu über 50 der führenden Systeme und es werden monatlich weitere Systeme hinzukommen. Das Add-In ist ab 1,99 € per Monat per User erhältlich. Für weitere detaillierte Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.cihub.com